Hey, Friends! Das Jahr 2013 ist fast drum. Und irgendwie muss ich sagen, das war eine verdammt, verdammt scheiße lange Zeit. Schau mal, einen Monat finde ich jetzt nicht lang. Nicht sehr lang zumindest. Und davon sind es eigentlich nur zwölf. Aber trotzdem ist ein Jahr verdammt lang, wenn ich zurückdenke an den Anfang von 2013. Was wir auf diesem fucking Kanal in einem Jahr erlebt haben. Ich hatte am Anfang von diesem Jahr noch 8 Abonnenten. Und jetzt habe ich 136. Also, das gesehen kann man also nicht sagen, dass ich in zwei Jahren nur 136 Abonnenten habe. Man kann auch sagen, ich habe in einem Jahr 115 Abonnenten gekriegt. Aber egal, spielen wir einfach mal einige Zeit zurück an den Anfang von 2013. Alles hat angefangen mit dem zweiten Teil meiner Harry Potter Real Life Reihe. Da ist es noch mit meinem iPod gefilmt. Weil ich das noch am Ende von 2012 gedreht habe. Das nächste Video, das meckang auf zu diesem Video, ist dann immer noch mit meinem iPod gefilmt, weil ich das ja während dem Dreh von diesem Video gedreht habe. Und das nächste Video, ist dann aber schon ein Video mit der Canon EOS 650D. Mit der ich seitdem immer gefilmt habe und es immer noch tue. Später kam dann ein Update von dem Video 10 Regeln zum Überleben auf dieser Erde, das ich mit einem Freund gedreht habe, das ich aber aus privaten Gründen wieder rausgenommen habe. Das Update ist quasi das gleiche nochmal, bloß ohne den Freund. Und im März hatte ich dann 20 Abonnenten. Der Hammer, wie kurz das eigentlich erst her ist. Und jetzt habe ich 136. Warum machst du es nicht einfach? Ähm, warum ich mich nicht für deine dumme Papierwelt töten lasse? Bestimmt haben viele von euch schon davon gehört, dass bald, bald, ein neuer Star Wars Film rauskommt. Sankt noch einmal. Viele haben vermutlich auch schon gehört, dass George Lucas eigentlich gesagt hat, er will keinen weiteren Star Wars Film rausbringen. Dass man eine Welt aus Papier ist. In den Pfingstferien war ich dann auf Kreuzfahrt, von der ich auch ein Video hochgeladen habe. Das war schon ein Hammererlebnis. Rom und so. Im Juni habe ich die 50-Abonnenten-Marke geknackt. Und seit Juli oder so schneide ich dann auch mit einem besseren Schnellprogramm. Magix Video Deluxe 15. Das mir ein Verwandter mitgebracht hat. Ziemlich cool. Irgendwie könnte ich es mir gar nicht vorstellen, mit diesem Windows Movie Maker zu schneiden. Wenn ich es mir genau überlege, konnte der ja quasi gar nichts im Vergleich zu meinem jetzigen. Im August habe ich dann auf Wunsch das erste Kommentare-Video. Ja, so ist das hochgeladen. Und im Oktober habe ich die 100-Abonnenten-Marke geknackt. Vor ein paar Wochen habe ich dann gesagt, dass ich mit Harry Mopf aufhöre. Aber das mache ich jetzt doch nicht, weil ich meine 136-Abonnenten einfach nicht im Stich lassen kann und so. Ich mache jetzt auch was drauf weiter. Die konnte ich auf einem neuen Kanal einfach nie wiederkriegen. Stattdessen mache ich jetzt eine kleine Pause bis zum 6. Februar. Das nutze ich, um einfach mehr Zeit für mich, Freunde und Schule zu haben. Ich meine, ich will ja irgendwann auch aus dieser Schule rauskommen. Und das geht nicht, wenn ich durchfalle. Zum Beispiel. Außerdem möchte ich ja ein bisschen mehr Mühe in die Videos stecken und mehr das machen, was gerade auf YouTube aktuell ist. Und mehr auf Wünsche eingehen, die teilweise auch von außerhalb von YouTube kommen. Also sehen wir uns im Februar wieder mit einer Art Harry Mopf 2.